Wir sprechen heute über ein wirklich wichtiges Thema und dafür habe ich einen wirklich guten Experten hier bei mir. Tobias Wolff gehört zu den Gründungsmitgliedern des FASD-Fachzentrums in Hamburg. Er ist Pädagoge und ausgebildete FASD-Fachkraft und Pflegevater von drei Kindern mit der FASD-Diagnose. Soll er sagen, bitte, was ist denn jetzt FASD? Also, FASD steht auf Englisch für Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Auf Deutsch ist es das Spektrum der vorgebotlichen Alkoholschädigung. Bedeutet, wenn eine Mutter während der Schwangerschaft Alkohol konsumiert, dann hat das einen Einfluss aufs Kind. Und die Diagnose, die dann da im Raum steht, was das Kind dann haben kann, ist das sogenannte FASD-Syndrom. Das ist etwas, was leider viel zu viele Menschen noch nicht wissen. Man denkt immer, ja, das weiß eigentlich jeder. Jedes Jahr kommen 15.000 Babys mit einer fetalen Alkoholspektrumsstörung zur Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich freue mich besonders, lieber Tobias, dass du da bist. Du bist ja wirklich, also nicht nur beruflich der Experte, du lebst es auch privat, darüber sprechen wir auch gleich. Aber lass uns doch nochmal anfangen. Wie kann es denn sein, dass Frauen während der Schwangerschaft Alkohol trinken? Also als Mediziner würde ich sagen, man weiß, man soll es nicht machen. Ich kenne aber auch selbst Mediziner, die sagen ja so ein Gläschen. Also woher kommt das? Ja, das ist zum Beispiel schon eine Antwort. Wenn der Frauenarzt meines Vertrauens oder vertrauende Frau sagt, ein Glas Sekt kann nicht schaden. Sowas kommt in der heutigen Zeit immer noch vor. Ist uns auch manchmal ein Rätsel, warum. Aber es passiert und dann glaubt die Frau das vielleicht auch oder nimmt es sich auch zu Herzen. Es gibt das Wissen nicht darum in der Masse, dass auch ein Glas Rotwein in der Schwangerschaft schon schädlich sein kann. Man denkt immer so, ach komm, das eine Glas, das geht doch. Ist doch kein Problem, nochmal ein Glas Sekt zu trinken. Und dann ist der gesellschaftliche Druck ja auch irgendwie da. Es ist so eine Selbstverständlichkeit bei Empfängen. Es ist immer noch nicht so normal zu sagen, danke, ich nehme nur den O-Saft oder nur das Wasser. Dann wird man schnell gefragt, was ist denn los? Bist du schwanger? Im besten Fall wird das gefragt. Ja, ja. Und manchmal will man das ja gar nicht. Aber es ist eher so, hast du ein Problem? Also es geht so in so Ecken, wo man denkt, nee, es gibt einfach Menschen, die auch von sich aus sagen, ich möchte einfach kein Trinken. Und Schwangere haben dann natürlich diesen gesellschaftlichen Druck manchmal auch. Und es gibt ganz unterschiedliche Situationen, in denen Frauen auch sind, warum sie zum Alkohol greifen. Das heißt, man kann die Frauen nicht per se dafür verurteilen, dass sie es tun. Das machen wir auch nicht, sondern wir sagen einfach, Aufklärung muss her. Und es müssen alle wissen, jeder Tropfen zählt. Kleinste Mengen Alkohol können die Hirnschädigung des Kindes verändern. Und da muss einfach mehr Wissen rein. Ja, also ich will jetzt auch mal, wenn Männer schwanger wären, wäre das genauso ein Problem. Also das ist ja nun mal nicht so. Kennt man da Zahlen? Also wie viele Frauen trinken denn trotz Schwangerschaft Alkohol? Es gibt noch nicht riesig viele Studien, aber es gibt inzwischen eine Studie, da ist man auf eine Zahl gekommen von 38% aller Schwangeren, die im Bewusstsein, dass sie schwanger sind, Alkohol getrunken haben. Da reden wir jetzt noch nicht über die Menge. Wir wissen, dass von diesen 38% roundabout 8% sich im Risikobereich bewegen. Das heißt, die trinken Alkohol wirklich im Risikobereich. Aber 30% neigen auch dazu, mal ein Glas Rotwein in der Schwangerschaft zu trinken. Und das ist natürlich eine immens hohe Zahl. Und das erklärt auch, warum wir immer noch jedes Jahr eben deutschlandweit bis zu 15.000 Kinder, in Hamburg jedes Jahr 500 Kinder. Das ist so eine Dimension, um das mal deutlich zu machen. Ich bin ja nicht der größte Freund von Prozentrechnungen, das ist immer so abstrakt. Aber das heißt, wenn 100 Schwangere vor mir stehen, trinken davon 38 während der Schwangerschaft Alkohol. Und wie war das jetzt? 8 von denen sind im Risikobereich und 30 trinken einfach mal so ein Gläschen. Und die Regel ist aber kein Alkohol während der Schwangerschaft. Die Regel muss sein 0,0, auch nicht alkoholfrei, auch ein Irrtum. So, da sehe ich nämlich dann irgendwie eine Werbung, eine Schwangere mit einem Bier. Dann steht da irgendwie noch, witzig, von Schwangeren für gut befunden. Was macht das denn mit dir? Das Bild, das wissen wir aus der Psychologie, das Bild wirkt zuerst. Das bricht sich ein, bevor ich den Text lese. Und als wir dieses Bild gesehen haben, sind wir natürlich auch steil gegangen und haben gesagt, wir müssen uns auseinandersetzen mit denen, die diese Werbung rausgebracht haben. Glücklicherweise ist die Werbung ja auch rausgenommen worden, aufgrund dessen, dass sich viele Menschen natürlich aufgeregt haben. Es macht einen erstmal wütend. Man könnte jetzt sagen, im Moment, aufgrund der aktuellen Situation, weil das Wissen noch nicht da ist, danke für diese Vorlage, weil damit konnten wir das Thema nochmal wieder platzieren und Bewusstsein schaffen. Aber es wäre natürlich wünschenswert in Zukunft, dass so nicht geworben wird zum Thema Alkohol. Jetzt muss man ja einmal verstehen, also das heißt, eine Frau ist schwanger, das Kind ist im Mutterleib, wächst heran. Was passiert denn, wenn sie jetzt Alkohol trinkt? Das Kind kriegt das alles ab. Das Kind kriegt eins zu eins das ab. Alkohol ist ein Zellgift und es wandert, weil es ein Zellgift ist, es ist Plazentadurchlässig. Das heißt, der Alkohol, der von der Mutter aufgenommen wird, geht eins zu eins über zum Kind. Das heißt, der einzige Unterschied ist, dass die Frau vielleicht für 0,8 Promille Alkohol 24 Stunden braucht, um den abzubauen, das Kind aber drei bis zehn Tage dafür braucht, weil es ja auch noch nicht die Organe gebildet hat, um den Alkohol sozusagen zu verstoffwechseln oder abzubauen. Und das würde bedeuten, wenn mal im Extremfall, wenn eine Frau alle zehn Tage ein Glas Rotwein trinkt, dieses Kind dauerhaft betrunken im Mutterleib ist. Ja, das ist wirklich wie so eine kleine Rumpfrucht da, die derzeit in dem Alkohol schwimmt. Also jetzt mal sinnbildlich. Genau. Diese Schädigung, die erkennt man ja aber nicht sofort. Da kommt ja kein Kind raus und ich übertreibe es mal, wie bei den Simpsons oder so torkelt und rülpst, also so haha. Sondern da kommen Kinder zur Welt, denen sehe ich das erst mal nicht an. Dem Großteil. Deswegen sprechen wir auch von der unsichtbaren Behinderung. Wir wissen, dass bis zu 90 Prozent der Menschen mit einer fetalen Alkoholspektrumstörung keine faszialen Auffälligkeiten haben, also keine Auffälligkeiten im Gesichtsbereich. Da gibt es typische Merkmale. Und deswegen kann man eben nicht hingehen und sagen, das Kind kommt zur Welt. Ah, das sieht ja klassisch wie ein FASD-Kind aus. Das ist eher die Seltenheit. Das heißt, die Auffälligkeiten kommen im Laufe des Lebens, weil zum Großteil das zentrale Nervensystem betroffen ist, merken wir das den Kindern an, aufgrund ihrer Verhaltensweisen. Das sind Kinder, die oft wahrscheinlich mehr schreien, einen hohen Aktivitätsdrang haben, schwer zu bändigen sind. Das sind so vielleicht die ersten Auffälligkeiten im Kleinkindalter. Und je älter dieser Kinder werden, umso größer geht auch diese Schere auseinander, umso deutlicher werden auch die Unterschiede zu einem, ich sag mal, normal gesund entwickelten Kind. Aber wenn du jetzt so ein Kind beschreibst und das auch gerade im Grundschulalter sehr impulsiv schreit, schwer zu steuern, da denken ja viele auch erst mal an ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizits, Hyperaktivitätsstörungen. Ist das normal, dass das verwechselt wird oder geht das Hand in Hand? Es geht nicht Hand in Hand. Also es ist so, dass ADHS die häufigste Fehldiagnose bei FASD ist. Und wir wissen, dass ein Mensch mit FASD in der Regel auch ADHS als Problematik mit bei hat. Der Unterschied ist nur zwischen dem FASD und dem klassischen ADHS, FASD ist eine irreversible Hirnschädigung. Sie ist nicht heilbar. Das heißt, wir können auch das ADHS nicht einfach abstellen oder heilen. Wir können vielleicht durch Medikation oder durch gewisse Trainings die Spitzen des ADHS herausnehmen, aber wir können es nicht ändern. Während wir ADHS behandeln können und die Menschen eventuell darauf einstellen können und die Menschen mit ADHS damit leben können. Das funktioniert bei FASD nicht. Also eine, wie sagt man dann, organische Störung, das Gehirn ist wirklich durch den Alkohol so geschädigt worden, das zaubert man nicht weg, das kriegt man auch nicht mal eben wegtherapiert. Jetzt hast du, das finde ich wirklich enorm, du hast drei Kinder, drei Pflegekinder, die FASD haben. Das heißt, du siehst ja wirklich alles, was damit zusammenhängt. Du weißt, wie es ist, wenn man mit Kindern, die sich entsprechend auffällig verhalten, in den Urlaub fährt, in die Schule geht. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie euer Alltag so aussieht? Inzwischen sieht unser Alltag ganz gut aus, weil wir inzwischen gelernt haben, damit zu leben und mit dem Wahnsinn zu leben. Es gibt da auch so, es gibt ein schönes Buch aus Amerika, das heißt so sinngemäß Den Irrsinn Verstehen und das erklärt es auch so ein bisschen. Aber ich sage mal, angefangen hat es damit, dass wir einfach auch gemerkt haben, unser Kind ist anders. Die Eingewöhnungsphase im Kindergarten geht aber lange, sechs Monate, ein bisschen sehr lange und wir gemerkt haben, wir müssen was tun, wir müssen gucken, was ist los mit dem Jungen. Und dann macht man sich auf den Weg. Und da haben wir sozusagen dann festgestellt, wie wenig Wissen überhaupt da ist, wie wenig Bereitschaft vielleicht auch da ist. Wir haben ja Pflegekinder, da sind wir in so einem Jugendhilfesystem eingebunden und da ist wenig Bereitschaft da zu sagen, wir drehen das Kind mal um und gucken mal, was da alles so aus dem Rucksack rauskommt. Wir haben es letztendlich geschafft, hat fast drei Jahre gedauert, dieser ganze Kampf mit viel Vorwürfung, auch an uns Pflegeeltern. Das kennen auch viele Eltern, die betroffen sind, wenn sie sich ans Hilfesystem wenden, dass man schnell in diese Richtung geschoben wird. Mensch, ihr wollt dieses Kind vielleicht kranker machen, als es ist. Ihr wollt vielleicht nur mehr Geld haben. Sind leider Vorwürfe, die immer noch vorkommen. Es wird besser, dank der Arbeit von solchen Vereinen wie unserem und auch anderen Vereinen in Deutschland, da mehr Aufklärung betrieben wird. Und es ist so, dass wir, sage ich mal, heute ist so ein klassischer Tag, heute ist letzter Schultag vor den Sommerferien und das Kind hat ganz viel Veränderung und schafft es dann schwer, in Schule zu kommen, weil Veränderung für diese Menschen sehr schwierig ist mit einer Alkoholspektrumstörung. Und dann rastet er schnell mal aus und wird weinerlich und es schreit und das kann eine Stunde gehen. Und dann schafft es halt nicht um acht Uhr in den Unterricht. Dann muss ich halt sagen, okay, heute geht es erst um neun in den Unterricht und dann kommt die Schule und fragt natürlich, warum ist das Kind nicht da? Also wir sind ständig eigentlich immer unter so einer Beobachtung von außen und das ist eigentlich das Anstrengendste. Mit den Kindern zu leben haben, glaube ich, viele Menschen, die diese Kinder haben, geschafft, irgendwie ihren Weg zu finden, aber die Gesellschaft drumherum, die darauf vorzubereiten und sich zu erklären, ist oft viel anstrengender für die Menschen mit Kindern mit FASD, auch als Erwachsener. Das heißt, das Umfeld, Menschen, die euch nicht kennen, die nicht wissen, was die Kinder an wirklich Herausforderungen im Alltag immer wieder bewältigen müssen, die verstehen es nicht, reagieren dann auch ungehalten im Urlaub. Wie ist es da so? Da kann einem das gerne mal passieren, dass man auch nahegelegt wird, nächstes Jahr nicht wiederzukommen. Oder man fragt dann nach, habt ihr nächstes Jahr noch eine Feriewohnung frei? Und dann stellt man fest, nee, ist leider schon alles ausgebucht. Man selber kriegt ein Gespür dafür. Wir sind so inzwischen, dass wir offen die Menschen auch ansprechen, sagen, ihr könnt uns das sagen, das ist völlig in Ordnung. Wir betreiben dann aktiv auch Aufklärung, aber es ist halt was Schwierigkeiten. Und mal ganz ehrlich, wenn wir in den Urlaub fahren, man möchte seine Ruhe haben, man möchte seinen Frieden haben. Und wenn ich im schlimmsten Falle vielleicht dann den Tag immer Geschrei um mich herum habe, dann stört das andere Urlauber vielleicht. Und trotzdem ist es ein Teil unserer Gesellschaft und kein kleiner Teil unserer Gesellschaft. Und ich denke, unsere Gesellschaft muss lernen, damit umzugehen. Ihr macht ja ganz viel, was Familien mit Kindern, die etwas, die haben, hilft. Du hast es gerade schon durchklingen lassen. Viele wussten gar nicht, dass Alkohol ein solches Problem hervorrufen kann. Viele Mütter, Eltern etc. schämen sich, versuchen Weg zu finden. Gerade wenn sie viel Alkohol getrunken haben, hat das ja auch Gründe. Das ist ja auch eine Krankheit, auch sinnbildlich dafür, dass im Leben etwas nicht funktioniert. Wie hilft man denn da? Erstmal hilft man durch Zuhören. Und was wir oft erleben ist, wenn Familien zu uns kommen, ist die erste Reaktion, über die ich mich sehr freue. Ich muss dazu sagen, ich freue mich über jeden, der nicht kommen muss. Aber die, die kommen, ist es ganz oft so, dass sie sagen, der versteht mich oder die verstehen uns. Und das hilft diesen Menschen, weil sie nämlich immer das Gefühl am Anfang oft haben, sie sind alleine mit ihren Problemen. Das hat kein anderer. Das gibt ja nicht so viele. Und wenn sie dann sehen, es gibt relativ viele Menschen und wir können uns vernetzen und wir können uns gemeinsam austauschen, das macht manchen dann auch Mut und Hoffnung. Und das ist ja unser Ziel auch, dass wir es schaffen, dass diese Kinder auch in ihren Familien bleiben können, weil wir schon glauben, dass es momentan einfach der beste Ort ist. Es gibt nicht die Einrichtungen, wo man sagen kann, da kann man jetzt Kinder mit FASD unterbringen. Das gibt es nicht en masse. Und das sollte auch nicht Sinn sein, weil jedes Kind hat erstmal ein Recht auf Familie. Das ist sehr wahr und sehr schön gesagt. Die Frage ist natürlich, vielleicht stellen sich das jetzt auch manche, die uns zuschauen, weil sie sagen, ja, ich habe dann auch in der Schwangerschaft mehr getrunken oder ich weiß von dem Kind, dass wir aufziehen, dass es da so war. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe die Vermutung, das Kind könnte was haben, wir haben schon mal auf, weiß ich nicht, sogar vielleicht ADHS getestet, das war dann irgendwie nicht so ganz aufschlussreich. Wie gehen die, gibt es so Schritte, wie man am besten vorgeht, wenn man sagt, ich glaube, dieses Kind, mein Kind, dieses Kind, könnte FASD haben, wie gehe ich dann vor? Also wir haben die Möglichkeit, es gibt so eine Art Fragebogen, an dem man sich entlanghangeln kann, wo es dann eine Bewertung gibt, also eine Punktzahl und da gibt es einen Cut und wenn man diesen Cut überschritten hat, empfiehlt es sich, Diagnostik in Richtung FASD zu betreiben. Und dieser Fragebogen ist entwickelt worden von Ärzten in Münster, die gesagt haben, wenn wir diesen Cut eben haben, dann macht Diagnostik Sinn. Wenn wir da deutlich drunter sind, muss es das nicht unbedingt sein. Das ist so eine Möglichkeit, um es mal herauszufinden, könnte es ein Thema sein. Der Fragebogen ist spezialisiert auf Menschen mit FASD, er ähnelt oft dem Thema ADHS, aber es gibt dann noch so ein paar spezielle Fragen, wo man sagt, okay, das kennt man eher aus dem Spektrum FASD. Das ist das Erste, was man machen kann. Dann raten wir natürlich, einen Fachexperten aufzusuchen, die sind leider jetzt nicht en masse vorhanden. Das Thema ist deutschlandweit unterversorgt. Glücklicherweise im Kinder- und Jugendbereich gibt es inzwischen relativ viele Anlaufstellen, aber immer noch zu wenig. Also Eltern warten da auch locker mal ein Jahr, bis sie einen Diagnostik-Termin kriegen. Und das ist lange. Wenn ich weiß, mein Kind geht im Sommer in die Schule, ich brauche die Diagnostik, um Hilfen zu bekommen, dann ist das viel zu lange. Und wir versuchen dann als Verein, unterstützend mit hinzugehen. Wir würden mit Gesprächen, mit Schule gehen, mit Kindergarten, mit Behörden, um einfach fachlich deutlich zu machen, ja, das ist notwendig, hier gewisse Hilfen mit auf den Weg zu geben. Jetzt hast du schon gesagt, Unterstützung, alle Eltern wollen ja irgendwie ihr Kind unterstützen und etwas für das Kind tun. Jetzt sind das so besondere Herausforderungen und Gegebenheiten, die ein Kind hat und mit sich bringt, das FASD hat. Gibt es so ein paar Grundregeln, wie Eltern ihre Kinder dann am besten unterstützen können? Also auf Dinge, wo du sagst, das funktioniert einfach gut, darauf sollte man achten? Da muss man ganz klar sagen, es gibt kein Grundrezept, weil es ist eine Spektrumstörung. Jedes Kind ist anders. Wir haben auch nicht bei FASD die Situation, wie manche denken, die Kinder sind alle geistig behindert, also sie haben alle ein IQ unter 70. Wir haben viele, die bewegen sich im Durchschnitts-IQ-Bereich. Wir haben aber auch Kinder, die haben eine Hochbegabung und trotzdem am FASD. Und wir können sagen, was wichtig ist, klare Strukturen. Da würde jetzt auch jeder sagen, das braucht jedes Kind, das braucht auch so mancher Erwachsener, aber klare Strukturen, kurze, knackige Ansagen, keine langen Sätze, weil Menschen mit FASD bei zehn Wörtern bleiben vielleicht drei hängen. Und dann kann was ganz anderes bei rauskommen. Wenn ich jetzt aber zu dir sage, hinsetzen, dann kann man das eigentlich nicht missverstehen. Könntest du bitte vielleicht mal... eventuell dich hinsetzen, dann bleibt vielleicht eventuell und was? Ja. Das ist für andere von außen auch nicht leicht zu sehen, dass diese Mechanik dann funktioniert, dass da viel lieber voller Umgang drin ist, der aber manchmal den etwas raueren Ton hat. Ja. Trotzdem hast du ja gesagt, Struktur hilft. Gibt es Dinge, die du aus deiner Arbeit gelernt hast, die alle Eltern vielleicht irgendwie für sich erkennen können? Ich finde das mit der Struktur schon gut. Also das fehlt oft. Ja. Und Kinder, je mehr die Struktur ihnen hilft, sich zu orientieren, desto mehr können sie auch sich ausprobieren und mit der Struktur spielen. Ja. Viele haben gar keine Struktur. Gibt es andere Dinge, wo du sagst, Mensch, das habe ich durch die Arbeit mit Kindern, die FASD haben, gelernt und das wird eigentlich, das ist generell gut. Also ich als Pädagoge habe erst mal gelernt und das mache ich auch, wenn ich in Fortbildung gehe. Ich sage den Kollegen dann immer gerne, schmeißen sie alles über Bord, was sie über Pädagogik gelernt haben, weil es funktioniert nicht bei FASD. Das finde ich inzwischen recht amüsant, weil ich merke, was das mit den Menschen macht. Ich sage, Moment mal, ich habe doch Schema F und das hat immer funktioniert. Ein Kind mit FASD zeigt einem sehr schnell die Grenzen auf, kann einem sehr schnell die Grenzen aufzeigen. Man muss dazu sagen, die Kinder haben aber auch ganz viele tolle Seiten und das muss man alles wissen. Man muss sehr, sehr spontan oft reagieren. Das heißt, es gibt eben nicht diese Lösung und auch nicht das Schema, nach dem man arbeiten kann, sondern man muss sich jedes Kind individuell angucken und wenn ich jetzt ein Kind habe, was zum Beispiel musisch begabt ist, was oft vorkommt bei Kindern mit FASD und ich habe die Möglichkeiten, dann besorgt das Klavier, sorgt dafür, dass es in den Klavierunterricht kommt, aber geht nicht hin und sagt, nächstes Jahr soll er bitte Mozart sein, sondern geht hin und sagt, der soll Spaß haben und der muss hier gar nichts in einem Jahr abliefern, sondern der soll Spaß haben, dahin gehen zu können, also Möglichkeiten schaffen, die Wege frei machen. Es gibt so sinnbildlich, das muss ich nochmal einmal sagen, aus dem Curling-Sport, wir haben dieses... Curling ist ja dieses Steine schieben auf dem Eis oder auf dem Eis schießen. Ja, ja, da muss man so wischen. Genau, genau. Und dieser Stein, dieser Curling-Stein, den müssen wir uns als FASD-Kind vorstellen, der wird übers Eis geschoben und wir als Eltern und diejenigen, die was Gutes wollen, wir sind die Besen, wir schrubben den Weg frei. Das ist unser Kampf, das ist unsere Arbeit. Das ist sehr schön, sehr schön gesagt. Hast du aus deinem Alltag mit drei Pflegekindern, die FASD haben, hast du, was ist so ein Moment, wo du sagst, der macht dich richtig glücklich? Habt ihr das, wo ihr alle zusammen seid oder sind es eher Einzelmomente mit den Kindern? Oder gibst du den Moment, wo alle im großen Bett liegen und schlafen oder alle auf dem Sofa sitzen und was sind so die schönen Momente? Den gibt es. Es gibt ganz tolle Momente. Ich liebe auch die Momente, wo meine Jungs total spontan sind. Ich sage nur, Einkaufszentrum, Fahrstuhl geht auf, eine Person füllt den Fahrstuhl alleine aus und meine Jungs stehen da und sagen das, was ich denke. Die sagen dann, boah, ist der fett und sehr laut. Ich finde es nicht schön, es gehört sich auch nicht, aber das Tollste, was passiert, wie passiert das, war erst letzte Woche, dieser Mann sagt, ja recht haben die Jungs und ich denke so, wow, wir können uns auch eine Scheibe abschneiden von dieser direkten, ehrlichen Art, die sie auch haben. Ja, das ist sehr speziell. Das ist sehr speziell. Kann natürlich nicht jeder so mit umgehen, was man auch sagen. natürlich, aber ansonsten gibt es die Momente, wo wir gemeinsam alle im Bett liegen und sie sind nicht lange, weil relativ schnell was kommt und dann sind die beiden Jungs auch wie so ein Wollknäuel aufeinander oder wie zwei Katzen, die sich nicht mögen, aber natürlich gibt es die. Einen schönen Film, den wir gucken, wo man merkt, dass die Kinder berührt, wenn die immer ruhiger werden und immer mehr versinken in der Thematik, das gibt es. Und auch Urlaub. Also Urlaub ist auf der einen Seite anstrengend, aber es ist auch irgendwie schön, weil diese Anforderungen aus dem Alltag nicht da sind. Keiner muss früh aufstehen, Schule steht nicht an, wir können frei in den Tag hinein leben. Das ist schon eine schöne Sache. Ja, also das, ich schätze dich sehr für deine offenen und ehrlichen Worte. Nicht jeder kann mit dieser Direktheit umgehen, die die Kinder manchmal Abfall haben, alle Kinder. Ich finde das Bild, das du gezeigt hast, ja, das ist spannend. Es ist, glaube ich, du bist jemand, der breite Schultern hat, der das tragen kann, der, wenn sich jemand, wie sagt man, so schön pikiert fühlt, das auch wieder retten kann, der die Kinder schützt. Die haben es gut bei dir, das ist ganz besonders schön. Ich finde es toll, was du machst, wie ihr es macht. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz besonders schön, dich hier zu haben und dass du mal so auch persönliche Einblicke geteilt hast. Vielen Dank dafür. Ja, bitte. Also halten wir fest, Alkohol ist und bleibt ein absolutes Tabu, wenn du schwanger bist. Und das gilt auch für besondere Gelegenheiten. Also auch für den Einschluck, den du gerne an Silvester zur Hochzeit oder zum Geburtstag eigentlich gerne trinken möchtest. Dein Kind trinkt immer mit, egal zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft. Und das kann wirklich sehr ernste und vor allem lebenslange Folgen für dein Kind haben. Und das darfst du auch gerne weitererzählen und online teilen, wenn wieder mal jemand behauptet, dass ein Schlückchen irgendwie schon okay sei. Ist es nicht so. Und wenn du noch mehr Infos suchst, wie du gut durch die Schwangerschaft kommst, dann schau doch gerne mal auf www.tk.de nach der App Mamly, M-A-M-L-Y. Das ist die digitale Begleitung der TK für alle TK-versicherten, schwangeren und frischgebackenen Mamas. Die App ist Achtsamkeitstrainerin, Schwangerschaftsexpertin, Yoga-Lehrerin, Coaching und so weiter. Alles in einem und damit wirklich eine tolle Bereicherung. So, und dir nochmal wirklich ganz herzlichen Dank. Man kann sich auch an euch wenden. Ich habe ja schon gesagt, wo man euch findet. Tobias Wolf, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und bin schon gespannt auf unser nächstes Treffen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich habe ja schon gesagt, Sie verab Rise, erst一下, bis gut! Ich habe auch schon gesagt, dass ich hier sein kann. dass ich hier sein kann. Ich bin noch ein bisschen hier, das K cuz auch nicht번 finely was in London. Aber es geht und zwar nicht. Es geht, Vielen Dank.